Und damit ist das erste Kapitel schon abgeschlossen. Es ging wirklich sehr, sehr schnell. Ich muss sagen, ich finde es jetzt schon creepy, mit diesem Zugbegleiter, der die Krähe getötet hat, und irgendwie alles unheimlich und sehr, sehr seltsam. Es ergibt noch nicht besonders viel Sinn, aber wir werden ja sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir starten das zweite Kapitel, Sebulkel, aus dem Grab, und legen mal los und gucken, wie es denn da jetzt weitergeht. And the wicked shall hold their tongues. Die schirren, beneath dieses Silent World of Saints and Sinners, twixt the living and the dead. Train's still going. Can't have slept long. We left there. We left... When did we leave? Where did we leave? Goddamn. It's unmervingly quiet. Also wir spielen jetzt den Archäologen, wenn ich das richtig im Kopf hab, der offensichtlich aus dem Buch etwas zitiert hat. Also er mag das offensichtlich gerne. Pulp, bin ich mir nicht so sicher, ob das Kitsch bedeutet. Also offensichtlich nicht so wahnsinnig hochstehende Literatur, eher so Gruselzeugs, was er da liest. Wir erinnern uns, das Buch haben wir ja von der Alex bekommen. Und offensichtlich ist er schon auch vom Vergessen befallen worden, denn er weiß gar nicht mehr, wann der Zug gestartet hat und wo. Ist alles sehr ominös. Hm, für das Museum haben wir als Alex Davenport diese Tickets bekommen oder gewonnen. Da wollte sie nicht hingehen. Okay, da ist er also angestellt als Kurator. Er möchte gerne... Er möchte gerne einen Schnaps oder so. Das ist doch komisch. Also er rezitiert das so, wie er heißt, was seine Aufgaben sind und er erinnert sich, glaube ich, nur noch an die Hälfte von dem. Das stimmt. Können wir da rein? Ah, ha, schlau. Da kommen wir gerade her. Okay. Und hier? Und hier? Also ich muss sagen, ich bin total froh um die Untertitel oder Übertitel, wie man es nennen mag. Denn ich glaube, diesen Ticketinspektor, so sehr ich auch diesen Dialekt liebe, ich würde wahrscheinlich kein Wort verstehen von dem. Wir reden mal über das Gemälde, was wir hier gesehen haben. Wir haben hier gehört, der Zug heißt, glaube ich, Gloria. So nennt er sie zumindest. Das Bild auf dem Wall? Das ist sie eine Schönheit. Für uns ist es die Clockwerk, so sie das. Es ist... dieses Train. Ist es nicht ein bisschen alt? Ihr Kinder heute haben keine Ahnung von Machinier. Wir müssen uns gleich sein, am besten. Na ja, ich habe praktisch gewachsen. Es gibt nichts über O'Gloria, das ich nicht weiß. Verschlossen? Dann halt nicht, dann guck's dir an. Ja, das sag's dir jetzt. Aber wenn's brennt... Hallo? Ich möchte raus. Ja, dann. The door to the next carriage appears to be locked. Is that normal? Nothing's wrong, is it? You city folks always jump to conclusions. There's nothing wrong. It's just how we do things when our guests are asleep. It prevents prying eyes and swift fingers. Isn't that a bit of a fire hazard? Pal, let me tell you. If a fire breaks out on this train, then no amount of carriage doors are going to save you from roasting. If you catch my drift. It'd be a steel coffin if the unthinkable happened. Sheesh. Could you possibly unlock the door? I could really use a drink. Don't reckon I can, no. I can give you the key though. On one condition. Oh, please don't tell me he's gonna ask me to solve some ridiculous conundrum of his. Bring me back a shot of whiskey when you get back. Old Floyd will hook you up. Just tell him it's for done. Puh. No problem, my friend. Thank you. Ah, ich glaube, er hatte Angst. Er müsste vielleicht seinen Geschichten lauschen. Sehr seltsam finde ich jetzt schon mal, dass er die Tür nicht aufschließen kann, sondern uns den Schlüssel gegeben hat. Ja. Dann gehen wir mal was, äh, Starkes trinken. Schnaps vielleicht. Okay, okay. Ich wollte ja nur mal schnüffeln. Okay, okay. Ich wollte ja nur mal schnüffeln. Also er erkennt das Bild irgendwie wieder. Mit dieser jungen Frau, die offene Augen hat. Die geradeaus starren. Aber mehr erfahren wir, glaube ich, nicht. Ja, 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 okay, okay. Ich dachte, ich könnte es nochmal testen. Äh. Was? Ja, und, und, und jetzt? Ja, aber, lustig. Nicht wirklich. Ja, dann gehen wir wieder mal zurück. Zu unserem Freund. Ich glaube es ja wohl nicht. Hey, ich will den Schnaps. Da ging gerade eine Tür auf. Doch, ich bin in Eile. Ich will meinen Schnaps. Huch. Ich dachte, die Tür sei offen. Dann gucken wir mal da rein. Ähm. Grap. Hallo? 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 Ja, ich bin? Ich bin ein paar Idruss. Ich bin... ... also was? Ich bin etwas schützt. Ich kann nicht sagen. Ich bin... Ich bin... Ich bin du was, was. Was war das? Vielleicht sollte ich gehen. Ich bin sorry, dass ich dich verletzt habe. Er scheint nicht zu sein, dass er seine Hände gut öffnen kann. Ich denke, ich würde lieber gehen. Vielleicht sollte ich das zu dem Ticketinspektor nennen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Mensch ist. Auf jeden Fall kann es eher seinen Mund nicht richtig öffnen. Und wir haben gerade gesehen, der ist wahrscheinlich zugenäht oder so. Können wir mal in die Box gucken? Das können wir nicht mitnehmen. Das ist nicht meine. Ich sollte wahrscheinlich nicht es touchen. Das zu anderen Menschen ist ein bisschen ein Faux-Pas. Ja, vielleicht. Ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Schnell raus. Was ist das denn hier für ein Zug? Das ist doch... Da ist ein Mann in einer von den Räumen in der nächsten Karriere. Ich glaube, er ist nicht gut. Wir haben einige Leute auf dem Busch-Pasen. Ich sage dir, ich sage. Wir lernen, dass sie sie nicht be sind. Der Mann kann gar nicht sprechen. Aye. Und das ist das gleiche, nachdem ich ein paar Böse haben. Toll. Vielen Dank auf. Einfach eingeschlafen. Er hat direkt gesagt, wir sollen die Alex besuchen. Ist das hier? Äh... Was sind denn das für... Paper Dogs? A pile of paper dogs. They're not very well made. I can't just cart. It's nothing interesting. Sah auch so aus wie Hunde. A pile of... As a child, I used to make origami like this. Where's the girl that ticket collector claims to have seen? I'm... I'm sure she won't miss just one. Was ist denn das mit diesem... Ah, diese Musik? A huge bag. Können wir die mitnehmen? Something doesn't feel right about this. They're all the same. Why would everyone have the same luggage? I want to have a look inside, but these are somebody's bags. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. I just wondered. I mean... They all look the same. Even before we got the plane. It's kind of weird. All the same color. Can we look inside? Mo... No. Okay. Some... Oh. Floyd, we're coming. Second, we're coming. We're going to have them at home. You can slowly move anymore, man. All the same. People here would often get a look inside. We can eat by way of 20.